Hi, 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 ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Fabian, 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 hi, Fabian hier. Ja, das ist das Stativ, mit dem ich schon ganz viele von meinen Videos aufgenommen habe, ist von Manfrotto, B3 Live, ist sehr leicht und hat auch hier oben ein Fluid Head drin, mit dem man so schöne Schwenks machen kann und es ist ein Reisestativ. Reisestativ bedeutet, man kann es hier entsprechend super klein zusammenfalten und dann am Ende passt es fast in einen Rucksack. Heißt aber auch, problematisch für Stativ. Durch die Beine, die bei dem Stativ natürlich nach alle Richtungen wegstehen, nimmt es auch viel Platz in Anspruch. Der Raum ist hier nicht sonderlich groß und deshalb auch immer ein bisschen nervig, wenn das Ding immer irgendwo im Weg steht, wenn man langlaufen will. Ja, und als letzter Punkt, das ist die maximale Höhe, die das Stativ machen kann. Manchmal will man aber von weiter oben filmen. Insbesondere, wo ich zuletzt die Greenscreen-Aufnahme gemacht habe, da wäre es echt cooler gewesen, wenn ich von viel weiter oben hätte filmen können. Also zusammengefasst, Umstellen der Höhe ist sehr zeitintensiv und damit auch nervig. Großer Platzverbrauch und maximale Höhe relativ begrenzt. Tja, dass diese Art von Stativen eben mit den Höhenumstellen nervig sind, das ist glaube ich bauweise bedingt. Denn wenn man nicht entsprechend viele Segmente hätte, dann könnte man es ja nicht so klein zusammenfalten. Ist aber für den stationären Einsatz hier blöd, denn ich möchte ja häufig die Höhe ändern, dass eben die Videos auch attraktiver werden. Also viele Szenenwechsel, bin ich der Meinung, machen Filme attraktiver. So und deshalb habe ich mich gefragt, kann ich vielleicht auch ein Stativ selber entwerfen, was eben meinen Anforderungen eher entspricht. Ich habe mich natürlich erstmal umgeguckt, wie andere das machen. Da gab es jetzt zuletzt den Alexander Chapelle, der hat ein Kameraschienensystem gebaut, wo er eigentlich ein ziemlich teures Hollywood-System, glaube ich, nachgebaut hat. Mit Hochfahrbarkeit und so lang Fahrbarkeit, wo ich aber schon am überlegen bin, dass selbst sein Nachbau ziemlich teuer war. Wenn man alleine rechnet, wie viel Kilogramm Plastik er da durch seinen 3D-Drucker gejagt hat. So viel wollte ich dann nicht ausgeben. Und das zweite war der Ivan Miranda, der hat einen Kameraarm gebaut, wo man im Prinzip einen festen Drehpunkt hat und wo man dann ein Gegengewicht hat, einen langen Arm und auf der anderen Seite die Kamera und wo man eben entsprechend drehen kann und so. Das wäre vom Aufwand her besser gewesen für mich und finanziell auch, aber viel zu groß. Also da habe ich überhaupt nicht den Raum hier, was soll das? Aber ich habe mir auch was überlegt. Also diese Tauchsäge mit dieser Schiene ist echt total geil. Aber wenn man diese Schiene anlegt, dann dreht die immer um den Mittelpunkt. Der Trick ist eigentlich, einfach eine Seite richtig hinzumachen und dann eine Zwinge hinzumachen. Und dann kann man zur anderen Seite gehen und dann klappt das auch. Das war's. Hey du, ja du, komm mal ein bisschen näher. Komm mal ein bisschen näher. Ja, so, pass mal auf. Nur drei Prozent, drei Prozent meiner Zuschauer sind auch Abonnenten. Wenn du nicht Abonnent bist und vor allem, falls das hier nicht mal das erste Video ist, was du guckst von meinem Kanal, dann drück jetzt bitte den Abonnieren-Button. Hast du? Gut, dann weiter gucken. So, ich bin hier in Fusion 360 und ich dachte, ich zeige dir einfach mal, wie mein Stativ am Ende aussehen soll. Also mein Stativwagen sogar, denn es ist ja auf Rädern. Genau, also unten gibt es eine Basis mit Rädern und an dieser Basis ist letztlich eine lange senkrechte Schiene. Diese Schiene hat den gleichen Querschnitt überall. Man kann hier oben zum Beispiel mal reingucken. In der Mitte etwas größer und vorne ein Schlitz über die komplette Breite. In diesem Schlitz fährt jetzt ein Schlitten. Diesen Schlitten, der hat jetzt keinerlei Mechanik oder ähnliches. Der fährt einfach nur so hier drin lang. Und der ist innen drin etwas breiter, sodass er eben nach vorne nicht rausfällt. Und wenn jetzt die Kamera direkt hier ganz vorne auf diesem Ausleger drauf ist, dann wird einfach dieser Schlitten, wenn man ihn loslässt, durch das Gewicht der Kamera verkanten und bleibt dann eben an Ort und Stelle. Also wird einfach durch das Verkanten an der Position gehalten, wo man ihn eben hingefahren hat. Ich habe also eine enorm schnelle Rüstzeit, denn ich fasse hier an, ziehe das Ganze hoch und runter und lasse es los und das Ganze bleibt dann an Ort und Stelle. Zusätzlich habe ich natürlich auch durch die Räder des Stativschlittens eine enorm schnelle Rüstzeit, denn ich kann das ganze Ding durch die Gegend schieben, stelle mir hier die Höhe ein und bin praktisch schon fertig. Das System erlaubt sogar Überkopfaufnahmen, indem man den Schlitten entsprechend hochfährt und den gesamten Stativwagen sehr weit unter einen Tisch unterschiebt, dass der Tisch bis an den Wagen rankommt. Dann ist ja der Ausleger schon über der Tischfläche. Wenn man jetzt hier einen entsprechenden Neiger für die Kamera hat, um die Kamera senkrecht nach unten neigen zu können, dann reicht das, um eine Überkopfaufnahme auch zu tätigen. So und dann war ja noch ein Kritikpunkt des Stativs, dass eben die Beine so weit austragen, dass das eben nicht umkippt. Das Problem mit dem Umkippen hätte ich jetzt hier auch. Ich habe das gelöst, indem ich einfach hier unten Steine hinlege, die ich auch am Trampolin hängen habe, dass es bei Stürmen nicht wegfliegt. Und diese Steine sorgen dafür, dass der Massenschwerpunkt, den man sich in Fusion hier auch anzeigen lassen kann, entsprechend so niedrig ist, dass das Ganze super stabil steht. Ja, jetzt weißt du, wo die Reise hingeht und ich denke, wir können weiterbauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, damit ist das Ding erstmal fertig. Und wie man sieht, kann es sich eigentlich recht einfach verschieben lassen. Man muss immer bedenken, hier liegt Teppich. Allerdings muss ich auch sagen, die Räder, die ich am Anfang im Video herangeschraubt habe, hier mit diesem roten Plastik dran, die klackern irgendwie, die sind nicht in Ordnung. Ich habe direkt andere verwendet, die verlinke ich dir unten. Ja, und ansonsten habe ich, wie du zum Schluss gesehen hast, hier diesen Spanner herangebaut. Der war eigentlich ja nicht nötig, laut sozusagen des Designs. Und das Ganze bleibt auch oben, wenn der ab ist. Ist einfach so ein kleines Plus an Sicherheit. Also, kurze Erklärung. Die Schraubzwinge ist natürlich nur hier, um das fehlende Gewicht der Kamera hier oben drauf auszugleichen. Und ich habe ja nur eine Kamera. So, und wenn ich das jetzt verschieben will, kann ich hier einfach anfassen, hoch machen. Und es bleibt oben, genau so wie geplant. Oder, wenn ich es runter machen will, kann ich es auch runter machen. Ich habe am Anfang hier auch noch ein klein bisschen nachschleifen müssen, dass es nicht so sehr verhakt. Also, es ist hier Maßarbeit da drin. So, das Einzige, ich hatte natürlich auch Angst, schießt irgendwann hier meine Kamera einfach mal nach unten. Wenn man unvorsichtig ist, dann kann man, das kann ich provozieren, wenn ich hier ein bisschen gegen haue, dann siehst du das. Dann geht es ganz langsam immer weiter runter. Und um das Ganze einfach zu verhindern, habe ich den Spanner hier ran gemacht. Wenn man jetzt hier gegen kommt, passiert einfach nichts mehr. Das ist, glaube ich, zumindestens die Lösung, wo man keine Angst haben muss, dass teures Kamera-Equipment kaputt geht. So, und dann habe ich ja hier diesen Drei-Wege-Neiger. Der ist ziemlich cool. Der lässt sich so lang drehen. Man muss immer darauf bedenken, dass die Kamera hier vorne drauf ist. Dann kann man ihn so schwenken und man kann ihn so weit schwenken, dass eben die Kamera direkt nach unten gucken kann. Das heißt, man kann vor allem mit diesem Überhang hier einen Tisch von oben abfilmen, damit man das ganze Ding auch entsprechend hoch macht. Das klappt sehr super, sehr gut. Das habe ich schon ausprobiert. Und man kann natürlich auch hier in die andere Richtung schräg neigen. Aber ich glaube, hier würde man eher Schieflagen ausgleichen. Ein sehr gutes Ding. Allerdings ist der Neiger genauso teuer wie das ganze restliche Stativ zusammen. Ja, wie du vielleicht auch gesehen hattest, hier unten diese Schraube, dass man diesen Neiger überhaupt draufschrauben kann, die war schwierig zu finden, vor allem, weil die Baumärkte geschlossen waren, als ich die brauchte. Und die verlinke ich dir auch unten. Die kann man sicherlich auch für andere Projekte super verwenden, wenn es eben nicht mal dieses Stativ, sondern ganz was anderes sein soll. Ja, wie gefällt mir jetzt das Ganze hier? Also, ich finde es gut, dass es so schön verstellbar ist und das schnelle Hoch- und Runtermachen und alles funktioniert super. Die Designziele sozusagen waren alle erfüllt oder sind alle erfüllt. Der einzige Manko, was mir schon aufgefallen ist, ist, dass es hier vorne ziemlich schwingt. Dadurch, dass hier so viel Masse ist, hier dieser lange Arm nach unten und alles, wenn ich hier mal so ein bisschen gegen tippe, man sieht es, es macht hin und her und hin und her die ganze Zeit. Das ist so ein klitzekleiner Nachteil, aber wenn man eben nicht mehr rankommt, jetzt hat es sich beruhigt, kann man problemlos Aufnahmen machen. Man sollte vielleicht nicht ständig gegenstoßen. So, denk bitte, bitte an das Abo und sag mir in den Kommentaren, wie du dieses Stativ findest. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.